Seit über 200 Jahren ist die Neutralität eine der wichtigsten Stützen der Schweiz. Sie garantiert uns Frieden, Wohlstand und Sicherheit. Doch unsere Neutralität wird angegriffen. Verantwortungslose Politiker von FDP, Mitte und SP treiben die Schweiz im Kehlen. Zuerst haben sie Sanktionen gemacht und jetzt wollen sie sogar Waffen liefern. Niemand interessiert sich für Frieden. Die Kriegswut in Bern gefährdet die Sicherheit der Schweiz und den Wohlstand unserer Bevölkerung. Doch das lassen wir nicht zu. Wir lassen nicht zu, dass Politiker in Bern unsere Neutralität kaputt machen und die Schweiz zu Fall bringen. Wir sind für Verhandlungen statt für Panzer. Wir sind für Diplomatie statt für Sanktionen. Wir sind für Frieden statt für Kriegstreiberei. Wir sind die junge SVP und wir verteidigen unsere Neutralität. Hilf auch du mit unsere Neutralität zu verteidigen und unterschreib noch heute die Neutralitätsinitiative.